ja liebe freunde was läuft aber im bauerhause heute dienstag morgen 7 april der kaminfeger kommt habe vorgängig die heizung abgeschaltet lassen da den saugzug durchziehen damit die da abkühlt dann habe ich die nacht durch geheizt alle häuser alle sechs häuser wurden nicht abgestellt auch nicht reduziert somit habe ich heute morgen genug wärmenden in allen gebäude damit wir heute morgen da reinigen können weil 9 30 kommt er 39 jetzt ist 8 30 bis gereinigt wird ist geht dass er zwei stunden denke bis die heizung wieder aufgefahren ist also 9 30 ja wird 12 uhr bis ich die heizung wieder starten kann und heizen kann das wetter hilft ein bisschen mit heute wird schön ob schon die nacht frostig war minus 2 grad aber durch den tag werden wir wärmer haben heizungsraum grob gereinigt hier unten ist das asche schnecke die ist geöffnet damit man hinten auch raus asche rausnehmen kann wasche behälter gelehrt die zwei stöcke die da sind und hier ist der saugzug der läuft damit da die verwirrling heizung besser abfällt hier ist auch geöffnet hier sind die wärmezüge mit ventil mit federn die die heizung reinigen ein Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Sieht nicht, wie es geht? Das ist gut. Wir haben den Beeren vorbei. Es ist jetzt noch ein bisschen. Ich muss einfach nachgreifen, so wie ich. Ich muss auch die Fahne nicht mehr haben. So wie ich, um die Hand nachzunehmen. Schau mal. Ich habe ein paar Grüße. und dann steigen wir die Flügel. Das ist so, wir brauchen die Flügel, gut. Untertitelung des ZDF, 2020